Ich bin Florina Ruesch, 21 Jahre alt, komme aus St. Gallen und arbeite hier in der Manufaktur in St. Gallen als Bekleidungsgestalterin. Bei unserem Beruf ist zum einen die Kundenberatung. Man beginnt mit der Stoffauswahl. Wir machen immer eine Kollektion in der Manufaktur und somit kann man den Stoff aussuchen und sagen, man will diesen Schnitt haben. Dann wird ein grosses Thema produziert. Für diesen braucht man zuerst ein Schnittmuster. Man muss eine Masse nehmen, dann erstellt man Schnittmuster und dann wird aufgelegt, zugeschnitten und dann geht es an das Neue. Für den Beruf muss man sicher sehr kreativ sein, man muss Flair haben, auch modisch sein. Man muss ein gutes Vorstellungsvermögen haben, Proportionen zu sehen. Ich liebe an meinem Beruf die Kreativität und die schönen Stoffe, die wir jeden Tag in den Händen haben. Diese Leidenschaft ist bis heute geblieben und ich habe jeden Tag gefreut, um zu arbeiten. acelvoll, wenn Sie die Kreativität und die Kreativität nicht erwarten, spenden Sie mit einer Platt auf den Ferien zu stellen. Man muss eine Möglichkeit, die Kreativität sind. Man muss einen Strack mit dem Spuren, das haben sich geblieben und man sich verstecken, Sie wissen, dass Sie die Kreativität nicht nur zu machen, Sie wissen, dass du das Kreativität nicht bestätigt. Wenn Sie die Kreativität nicht besser machen machen, Sie sind schon wieder dafür gelegt. Vielen Dank.